Ich weiß, wenn man die Beine in der Schweiz hat, ist der Haare, die sich in die Zuhörer und die Zuhörer, so wie die Flügel in der Schweiz, dann haben wir das hier vielleicht. Dann haben wir es geschafft, haben wir auch noch mal welche gebracht. Das ist der Dreifahrt, die wir hier in der Schweiz haben. Und ich kann mich gerne, da woher ich so eine zweite Infernung holen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020